Ja, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Livestream Sonntag, 9 Uhr. Meine Güte! Dann sag ich mal hallo, können wir hoch und schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen und der Berserger King auch dir. Hallo und herzlich willkommen und guten Morgen und Red One Six. Hallo und herzlich willkommen. Moin, moin! Super, es geht wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So. Das ist ja kurios, dass es wieder funktioniert. Das ist ja, das feiere ich jetzt gerade mal ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, woran das gelingt hat. Jedes Mal, wenn ich rausgetappt bin aus dem Spiel, ist das Spiel abgeschmiert. Oh, jetzt geht's. Es funktioniert. Ich finde es großartig. So, was haben wir hier? Gut, wird geerntet. Wir ernten hier. Das ist großartig. So soll das sein. Oh, was ist denn hier los? Ach du, was ist denn da los? Leute, Stau wollen wir hier nicht haben, ne? Ah, das läuft schon. Ja, das funktioniert. Gut. So, wie ist das mit der Schiene? Ne, ist die... Oh, die ist fertig hier unten. Hier, die eine noch nicht. Da fehlt noch ein bisschen was. Was ist hier oben? Ach, das ist die, äh, Holzweiche. Er kommt wieder raus hier. Er fällt die fleißig Leute hier hoch. Das finde ich großartig. Was haben wir hier denn? Oh, wir haben ja... Guck mal hier. 55 Tonnen Stahl haben wir hier rumliegen. Das ist doch eine Maßnahme. Gut, Metallschrott haben wir nicht mehr. Nix mehr da, ne? Kein Fazit zu verschrotten. Okay. Ähm, hier ist Schrott, ne? Okay, hier sind noch 49 Tonnen. Liegen hier noch rum. Ähm, die werden natürlich noch... Ja, ja. Das läuft noch. Das muss nochmal sozusagen unter die Leute. Ähm, was haben wir hier noch? Dünger ist Mangelware. Was bringst du denn her? Ach so, er holt von der Grenze, holt der Dünger. Okay, gut. Ja, das sollt ihr auch machen. Das haben wir ja gesagt. Nee, haben wir ja. Und, ähm, fünf Leute hier. Was haben wir hier an Arbeitslosen? Oh, wir haben eine ganze Menge, ne? 300 und... Ach, 390 Arbeitslose. Ach, du Schöne. Hier ist ja auch alles voll. Hier ist ja auch alles voll. Himmel, nein. Wir können nicht explodieren, Platten haben wir hier. Oh, Gottes Willen. Ähm, ähm, warte, warte, warte. Wir haben die... Das... Die Gleisgeschichte ist bald fertig, ne? Eingebäude brennen. Auch das noch. Was brennt denn da? Ein Lager. Oh, das ist aber schlecht. Ich hoffe, da kommt die Feuerwehr hin, ne? Nächste Feuerwehr wurde alarmiert. Sehr gut. Die müssen aber auch gleich irgendwo um die Ecke kommen. Da kommen sie schon. Da oben sind sie. Da vorne fahren sie. Die alten Kisten. Jawohl. So. Läuft soweit. Hier in unserem Bergdorfstadt oder Stadt Bergdorf, muss ich immer sagen, ne? So. Was haben wir hier noch drinnen? Das Ding ist voll. Das Ding ist auch voll. Wir haben hier... Ach, haben wir wieder alle Gebäude voll? Ach, warte mal. Hier können wir noch was bauen, hier vorne, ne? Dann werden wir noch ein bisschen Platz gelassen. 128 Multibohner. Das muss... Das geht nicht. Wir können noch was schreibst. Du musst meinen Discord-Account löschen lassen. Geht nicht mehr. Was? Wieso, was ist da denn passiert? Ich meine, du hast schon geschrieben, dass du Discord nicht mehr reinkommst, ne? Aber, dass du den löschen musst, ist ja kurios. Das ist ja komisch. Komisch. Ähm. Warte mal. Ähm. Der Fußweg hier, ne? Der ist eigentlich flüssig, oder? Wir müssen sehen, dass wir irgendwie zwischen den Häusern durchkommen. Wir müssen jetzt mal hier ein paar Straßen abreißen. So, was war das? Das muss alles weg hier. Das muss weg. Das muss weg. Das muss weg. Bis dahin alles weg. So. Das hier weg. Zack. Und hier auch weg. So. Und hier oben das gleiche. Das ist auch noch weg. Leute, reißt das ab. So. Und hier die Straße muss auch noch weg. Habe ich die jetzt weggerissen? Habe ich. Gut. Alles klar. Ja, dann mal los. Lass dich das mal abreißen. Dann können wir da nämlich neue Gebäude, neue Blöcke hinsetzen. Ne? Weil die Hütten sind alle voll. So wie es aussieht. Sind alle voll. So. Haben wir denn überhaupt genug Platz für... Ach, voll krass. Wenn wir hier unten noch welche hinsetzen, dann kommen die doch gar nicht... Doch, die kommen da hoch, ne? Dahin kommen sie. Wo ist das Krankenhaus überhaupt? Ach, hier. Nee, warte mal. Das ist die technische Ungebung. Das Krankenhaus. Da ist es. Aha. Lockte sich selbstständig aus und lässt mich nicht mehr rein. Das ist natürlich heavy. Ja, das ist natürlich scheiße. Kurios. Das ist komisch. Hm. Oh, was ist denn hier los? Leute, was ist denn hier los? Ihr wisst, dass ihr Vorfahrt habt, ne? Jetzt fahrt ihr gleichzeitig los. Was seid ihr für Flöten? Die müssen da ja hoch, ne? Warte mal. Wir haben hier so eine kleine Engstelle. Will nen Backup-Code, den ich nicht habe. Ach du Himmel, was denn das? Das klingt ja ganz komisch. So, warte mal. Wir haben jetzt ja... Die holen jetzt ja hier Stahl, ne? Frage mich nicht, was bauen wir denn gerade? Ach hier, guck mal da. Das Ding brauchen, ne? Wir brauchen 300... Ach du, das ist 301 Tonne. Wie viel haben wir denn hier unten? Wie viel Stahl? 72 Tonnen Stahl haben wir hier drin. Das ist doch großartig. Ein bisschen Aluminium. Das brauchen wir zwar nicht, ne? Aber Stahl hier, ne? Sind da auch noch Leute drin? Keine Arbeiterführerinnen. Ja, ist gut. Der Zug war jetzt nicht da, ne? Der war jetzt nicht da. Zwei Leute sind hier noch drin. Ein bisschen haben sie noch. Ähm, da sind auch noch mal 10 Tonnen Stahl drin, ne? Die können sie aber hier raussammeln. Schade, dass ich nicht zwei, ähm, Stellen gleichzeitig machen kann. Das ist natürlich... Ja, moin, moin, ne? Hallo Gartenjunge. Schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Pass auf, dann nehmen wir mal... Ich nehme mal die hier, ne? Das Baubüro 2. Da wollen wir was ändern. Und zwar, äh, das Stahllager. Wir ändern mal das Stahllager. Pass mal auf, auf in der Stahllager. Warte mal, das ist nicht so. Zack, wir wollten hier unten drunter, ne? Oder sollen wir das so machen? Ich glaube, das ist einfacher, ne? Wenn wir den Stahl, den wir hier unten haben, da oben hinfahren. Warte mal, das lassen wir mal so. Das machen wir nicht. Weil irgendwann ist das mal alle hier, ne? Irgendwann ist da ja nichts mehr drin. Und wenn wir so großartig rumbauen hier, dann haben wir das Problem, dass wir, ähm, nachher nicht sehen, dass wir keinen Stahl mehr haben. Wir müssen auch unbedingt... Ja, wir müssen auch unbedingt, warte mal, wir müssen auch unbedingt sehen, dass wir hier ans Eisen rankommen, ne? Da müssen wir auch unbedingt was machen. Äh, mal gucken, ob wir das, äh, in dieser Folge hinkriegen alles. Und, äh, Gleisbaumäßig müssen wir auch unbedingt noch was machen hier. Also, ich weiß gar nicht, wo der jetzt gerade ist. Was macht denn der gerade? Wo bist denn du? Sag mal. Na, mal gucken. Ach, guck mal hier. Da, da hinten bist du. Alles klaro. Er macht das hier fertig. Können wir hier unten auch mal einen Zug hinschicken, der hier... Der die Pflanzen sozusagen wegfährt. Das ist doch großartig. Gell? Dann brauchen die nicht mit ein paar LKW da hochgegurkt werden. Aber ich glaube, wir haben noch ein bisschen was da oben, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele wir hier haben. Atme hier. 1500. Wir haben noch ein bisschen was auf Reserve. Also, so ist es jetzt nicht, dass wir hier jetzt, ne? Ganz wegfahren. Ich meine, die fahren ja auch fleißig da. Ich glaube, wir können auch den Zug dann einfach mal anschmeißen und sagen, ey, Freund, fahr mal hier, äh, und mach mal hier die, 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 ähm, die Schienen fertig. Ne? Dass wir hier ein Doppelgleis hinkriegen, das wäre ganz cool. Das müsste doch funktionieren. Das müssten wir doch hinkriegen. So, lass den mal erst mal fertig machen hier. Wie ist das denn? Das ist auch noch nicht fertig hier, ne? Das zweite Gleis hier. Da fehlt auch noch irgendwas. Der ist auch lange nicht fertig. Hier muss er auch noch an die Grenze runter. Da fehlt auch noch ein ganz komplettes Gleis hier. Das muss er auch noch fertig machen. Also, er hat noch ein bisschen was zu tun. Also, ist jetzt nicht so, dass das jetzt hier, ne? So, was haben wir denn an der Kohle? Was kriegen wir denn da? So, Import 61.000. Ich weiß gar nicht, was wir da importiert haben. Aber wir haben letzten Monat 27.000 plus gemacht. Was importieren wir denn? Mal gucken hier. Ich glaube, Stahl, ne? Ich glaube, Stahl ist... Warte mal, da muss ich hier mal gucken. Import. So, was kommt auf hier? Da. Stahl natürlich, ne? Wir importieren Stahl wie Harry. Da müssen wir was gegen tun. Und das werden wir jetzt auch machen. Und zwar... Was haben die denn hier? Verteilbüro. Wunderbar. Da, wir haben keine Flachwagen hier. Das wird schon mal nix. Ach, schade. Haben wir nicht irgendwo ein, äh... Was ist das hier denn? Die Pfannmüll und so weiter. Die auch. Hallo, Danny. Schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Moin, moin. Guten Morgen. So, 24 Tonnen. Der Nächste wartet schon. Super. Das läuft doch irgendwie geschmiert hier. Ähm... Haben wir noch ein Verteilbüro irgendwo? Was ist das hier? Da stehen zwei Wagen rum. Warum machen die nix? Da stehen auch noch welche rum, ne? Warum stehen die hier rum? Weil... Ja gut, die sind gerade angefangen, ne? Die sind gerade angefangen mit ernten. Also das dauert ein bisschen. Das geht nicht so schnell. So, hier ist auch Großbaustelle. Hier ist richtig was los. Ich bin mal gespannt, wann die damit durch sind. Ähm... Weil da... Ach, da müssen wir auch noch bei und was machen. Und hier oben ist hier der Öli, ne? Das Öli, was wir hier rankriegen. Da müssen wir die Leute auch nochmal gleich hin und her fahren. Wir müssen erstmal sehen, dass wir auch noch das hier erledigt kriegen. Was habe ich jetzt gesagt? Was wollten wir machen? Ach Gott. Wir können nicht lang... Na, Platten, ja klar. Platten sind voll... Wäre am günstigsten, wenn wir da mit der Bahn durchkommen, ne? Wenn wir da mit der Bahn hinkommen würden, das wäre genial. Aber ist, glaube ich, hier ein bisschen schwierig. Da kommen wir, glaube ich, nicht raus. Das kriegen wir nicht hin. Das müssen wir weiterhin per LKW fahren. Andersrum zur Grenze ist ja nicht weit. Zur Grenze ist ja nicht weit. Wenn wir das hier noch mit dem LKW hier wegtransportieren lassen sollten, wollen, ne? Also, dann wird das schon ein bisschen knifflig, das alles unterzubringen. Ähm. Wir brauchen auf jeden Fall noch Öltanks, damit wir das Öl irgendwo wegkriegen, ne? Und, ähm... Gut, das Öl kriegen wir von hier oben, ist klar. Da zippeln wir von hier oben ab. Das holen wir von hier oben ab und schicken das hier runter. Machen wir hier... Von mir aus können wir hier noch einen zweiten Tank bauen. Und dann haben wir auf der anderen Seite hier... Von mir aus hier drüben auf dieser Seite bauen wir zwei Tanks hin. Für... Ja, Benzin halt eben und Betum. Dann kriegen wir auch mal hin, dass wir hier immer alles Salzstraßen herbekommen. Dass die ganze Stadt so ein bisschen zusammenbricht, ne? Das wird mal ganz lustig werden, glaub ich. Das wird mal... Ich weiß nicht, also, ja, ich vertraue mich fast gar nicht, da was zu machen. Weil das ist schon mal schwierig hier, ne? Aber wenn die Jungs noch... Gut, die fahren ja nicht mehr, ne? Die Öltanks, die fahren ja nicht mehr. Aber die Jungs fahren ja noch. Ne? Aber die müssen dann halt den anderen Weg fahren. Dann müssen wir nach und nach fahren in die Stadt hier, ne? Das wird schon... Das wird echt knifflig. Ich glaube, da werden wir so ein bisschen unseren Schnellbaum so ein bisschen nutzen. Und da halt im Asphalt, äh... Ja, hinten verlegen, ne? So, das haben wir. Wie viel haben wir hier noch drin? Der ist ja bestimmt wieder unterwegs, ne? Der Jute. Jawoll! 10.185. Da kriegen wir mal richtig Kohle jetzt hier. Das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Dann haben wir da ein bisschen, wir sind ein bisschen Geld drin. Das gefällt mir richtig gut. So, wie weit seid ihr hier? Ihr seid noch am abreißen. Gut. Dann macht mal weiter. Damit es da nicht schwummerig wird. Damit wir das hinkriegen, ja? Was ist das hier? Er wird auch gerissen, ne? Alles klar. Ach, hier ist mittendrin noch ein Gully. Oder was ist das hier? Oder hat das eine Bedeutung? Muss man auf, hat das eine Bedeutung für uns? Ne, hat es nicht. Egal. Da können wir drauf bauen. Das ist, das ist gut. So, warte mal. Wir müssen sehen, dass wir... Ich mach mal kurz ab. Ne, lass mal laufen. Lass es laufen. Egal. Ähm, Verteilbüro. Was haben wir denn hier? Haben wir hier Flachwagen? Sieht ganz danach aus, wir haben. Jawohl, wir haben zwei Stück. Was fahrt ihr denn? Sag mal. Freilagerholz. Da holt ihr Holz. Okay. Das fahrt ihr zum Sägewerk. Gut. Wunderbar. Dann fahrt ihr was? Müll? In die Stadt runter. Müllhalde fahrt ihr auch Müll runter. Gut. Was haben wir hier sonst noch? Grenzwerk und Holz... Ja, da fahrt ihr Holz runter. Bretter. Gut, dann können wir den Jungs aber auch sagen, die können auch Stahl hier hochfahren. Plattenlager. Oh, hier, warte mal. Da ist wieder was. Stahlplattenlager. Beladen mit Stahl. Wo wollen sie es hinfahren? Bergdorf Eisenbahn. Ach, hier, guck mal da. Ja, pass mal auf. Dann können die auch den Stahl von da unten hochfahren. Das kriegen die bestimmt hin. 9 von 14 haben wir. Super. Das ist schon mal verbunden. Das ist gut. Und jetzt wollen wir hier runter. Und sagen, hier, Freunde, den Stahl hier, das müssen wir nochmal abholen. Ne? So. Mal kurz auf Pause. Hier oben mal hoch. Da gleich mal lauern. Wo haben wir das denn jetzt hier? Da. Und entladen Stahl, ne? So. Und dann aber... Von mir aus können wir das hier auf 70% hochdrehen. Ne? Damit da wissen, was drin ist. Und was haben wir hier? Stahl... Stahl beladen. So. Wunderbar. Bin mal gespannt. Dann müsst ihr da jetzt gleich losfahren. Der fährt los und holt Stahl. Ich halte es nicht aus. 13 Tonnen. Er fährt los, holt Stahl. Du hältst das im Kopf nicht aus. Naja. So. Ja, wir müssen irgendwann auch mal sehen, dass wir ein bisschen, ähm, ähm... Dollar ist hier reinkriegen in den Laden, ne? Dollar ist das so eine Sache. Wir haben 67 und jetzt, hab ich jetzt schon so den Drang, so die einzelnen, also einige Fahrzeuge schon mal auszutauschen, weil der fährt nur 61, der Hovell hier. Der ist nicht so schnell. Wir können aber mit dem Schleunigen ein bisschen. Weil der ist ja doch ein paar Tage unterwegs, ne? Also wenn der... Ja, dann kannst du dich da runter. Aber na gut. Lass dich das mal abholen. Wie schnell ist er? Ja, ne? 50. Weil das Stahl verkaufen ist eigentlich Blödsinn. Ne? Das ist eigentlich Blödsinn, weil, ich meine, es gibt ja doch Kohle. So ist das ja nicht. Immer 5800 gibt's dafür. Ich meine, das ist ja auch Geld. Aber andersrum, das müssen wir wieder einkaufen. Das ist Quatsch. Das werden wir schön nach oben fahren. Und dann wird das nämlich hier zum Beispiel in unserem Stahlberg benutzt. Quatsch. In unserem, ähm, 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 in unserer Raffinerie. In so einer Raffinerie wäre das dann eingesetzt. Äh, genau. So. Ja, fahr mal hoch. Lade dat mal ab. Wir müssen leider mal nach Öl, nach Quatsch, nach Abfall gucken, ob das alles gut ist. Jetzt aber wahnsinnig viel Bäume haben wir hier bei uns. So. Wunderbar. Was macht er jetzt? Holt er frisch oder was macht er? Jo, holt neu. Alles klar. Das ist großartig. Das kann er ruhig machen. Das finde ich echt, äh, genial. Was brennt denn da jetzt schon wieder? Ein Abrissbüro. Was denn ein Abrissbüro brennt? Warum brennt denn da denn jetzt? Das ist gleich hier vorne. Leute, was habt ihr wieder gemacht? Wurde gerufen, wo fährt sie... Ja, okay. Wo bist denn du? So weit kann es nicht sein, ne? Ah, er ist gleich da. Ja, er ist gleich da. Alles klar. Dann wird das auch klappen hier, ne? Siehste, Wolf. Feuer ist gelöscht. Wunderbar. Ähm, Danny, was schreibst du? Das läuft verkehrstechnisch aber sehr geschmeidig. Bin begeistert. Ja, im Moment läuft das richtig gut. Wir haben auch noch keine Privatautos hier drauf, ne? Ist ja noch gar nicht da. Haben wir noch nicht. Andersrum haben wir auch keinen Platz für, ähm, irgendwelche Parkplätze hier, ne? Das ist meinst du selber. Bisschen voll. Bisschen eng gebaut. Oh, hier, guck mal da. Ist gleich fertig. Siehste, sind die durch mit dem Kram? Dann machen wir wieder auf langsam, ja? Und werden wir mal kurz die Kettensäger anschmeißen. Mal ein bisschen, ähm, ja, für die Nachbarn Lärm machen, ne? So ein bisschen hier. Ähm. Aber hier ist auch, finde ich auch sehr voll. Muss hier ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Licht machen, ne? Wir wollen ja nicht, dass die hier nachher gegen so einen Baum fahren. Das wäre ganz schlimm. So. Von hier wollen wir auch sehen, ne? Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier alles verstecken. Hallo, Fred. Wunderschön guten Morgen. Schön, dass du reinschaust. Moin, moin. Sagt mal auf. Wir wollen hier ein bisschen Häuser bauen. Bisschen Häuser bauen. Was haben wir jetzt denn hier gerade? Lass mal gucken. Nur noch 18.000 Wiese. Ja, Mensch, da kommen wir doch langsam hin. Wo wir hinwollen, ne? Also wir machen, wir machen echt einen super Plus, muss ich sagen, ne? 27.000 letzten Monat. Lass mal kurz gucken. Was haben wir hier? 97 Prozent Produktivität. Großartig. Das kommen wir langsam hin. Und wir haben, ja, genug Arbeitslose, muss man sagen, ne? Und die werden doch schon, ne? 81 Jahre Durchschnitt. Doch, ne? Das ist doch schon gar nicht schlecht. Kann man nicht meckern. Kann man nicht. Zufriedenheit ist ein bisschen runtergegangen. 93 nur. Sättigung 99 Prozent. Ja, was wirst du mehr? Was wirst du mehr? Alles gut. Ähm. Überschuss wird ja auch weggefahren, ne? Ich bin wieder abgelenkt. Ich seh schon. Kleidung, muss das Essen hin. Ach, Essen ist hier unten, ne? Da. Genau. Essen ist da. Hier wird produziert. Das können wir theoretisch auch noch weiter ausschrauben. Und das hier genauso, ne? Da können wir noch wesentlich mehr rausholen. Ähm. Das läuft auf Vollgas. Aber irgendwie kriegen wir die Leute da nicht ran, ne? Das ist das Problem. Das war aber nicht viel, was er da mit hatte, ne? Ganz übersichtlich. Das waren echt nicht viele Leute, die er mitkriegt. Wie viele fahren denn hier eigentlich? Bergdorf liegen. Wie viele fahren wir denn hier? Aber die hier? Ist nur ein Bus, oder was? Ohne Mist fährt da nur ein Bus, tatsächlich. Was haben wir hier denn an verbundenen Fahrzeugen? Mal gucken. Da fährt tatsächlich nur ein Bus. Ja gut, dann müssen wir da was gegen tun. Wo fährt der hin? Der fährt hier unten ran. Da fährt er hin. Und holt da die Leute ab. Ja, ich würde fast sagen, dann lassen wir uns noch einen Bus mehr besorgen. Organisieren. Kaufen. Ne? Ich glaube, noch ein zweiter Bus wäre nicht verkehrt. Was war denn das? Ist das einer gewesen hier? KSM11. Da ist er doch hier. Genau. 75 Leute. KMH. Ja, den nehmen wir, ne? Wir nehmen noch einen mehr davon. So. Und setzen den mal mit auf die Linie. So. Dann kann der auch losfahren. Dann haben wir ein bisschen zwei Busse da fahren. Damit da ein bisschen mehr Leute hier hin und her fahren. Weil ich habe das Gefühl, höchstwahrscheinlich kriegen wir doch jetzt ein bisschen mehr Pflanzen hier rein. Und wir müssen mal sehen, dass wir hier vorne ein bisschen mehr erhöhen. Ne? Wegen Essen. Das ist ein bisschen knapp. Wir setzen hier mal mehr Leute ein. Wir machen mal auf 70. Und hier genauso, ne? Auf 70. Na 50. Dann haben wir 50. Fährt, ist das in Ordnung? 50 Leute erstmal? Wir müssen erstmal einpendeln, wie viel hier... Also, Schnappes ist ja reichlich da. Ist ja nicht so, dass wir hier verdursten. Wir haben ja eine Kneipe. Wo sind die? Da ist eine Kneipe. Guck mal. Ja, die sind ja hier, ne? 34, 37, 39 Leute. Ach, du Himmel. Da ist ja richtig, ne? Die feiern ja volles Rohr. Alles, was geht. Warte mal. Das ist die einzige Kneipe, die wir haben, ne? Wir haben, glaube ich, nur eine. So, hier im Bootviertel ist ja keine. Das wäre zu gehen. So, warte mal. Kirche ist auch noch alles gesund. Kindergarten ist voll, wie immer. Hier warten. Warum warten hier Leute? Warte mal. Doch, natürlich. Die werden ja auch gefahren. Richtig. Stimmt, stimmt, stimmt. Die werden ja gefahren. Wenn der Zug mal irgendwann kommen würde. Wo ist denn jetzt? Ich muss mal kurz gucken. Wo ist denn der Zug? Da fährt er gerade wieder ein mit. 111 Leute. Wie viel schmeißt er raus? Da sind sie aber schon gut weit hier, ne? Da müssen wir echt noch mal sehen, dass wir hier noch was weiter gebaut kriegen. Die schaffen was weg, die Jungs. Also wir müssen hier noch Öltanks hinstellen. Wir müssen noch die Verladegestellegeschichte weg hier hinbekommen. Das müssen wir noch bauen. Aber wir müssen erst mal eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen, bevor wir hier, ne? So. Wir brauchen jetzt mal eine Wohnung. So. Da große Wohnung. Nein. Wir brauchen eine große Wohnung. Was nehmen wir denn da? Hm. Hatten wir noch was anderes Tolles? Was haben wir hier oben denn? Was ist das hier denn? 165, das ist alles. Was ist denn das hier? Plattenbauteil 220, Leute. Oh, guck mal hier. Der hat doch nur zwei. Ach, der hat nur zwei. Ach, Fußwege. Den müssen wir ja theoretisch so einbauen, ne? Der müsste ja theoretisch so oder irgendwie hin. Damit wir so viel wie möglich irgendwie abgeteckt kriegen. So können wir ihn gar nicht einbauen. Was waren es jetzt hier? Was habe ich gesagt? 100. 220 Leute. Guck mal hier. Das ist noch nicht schlecht. Wir haben ja noch diese Jungs hier, ne? Die sind ja auch eigentlich 231. Das sind meine Standardhäuser. Ich weiß nicht. Wir können aber was anderes probieren. Das ist überhaupt kein Problem. Wollen wir mal hier den Fußweg weg? So, den Fußweg hier weg. So. Ich hoffe, hier ist alles weg hier. Da ist weg, da ist weg, da ist auch weg. Gut. So. Was nehmen wir denn da? Was haben wir sonst noch da? Was ist das hier denn? 300. Das ist natürlich auch... Das ist aber ein ordentlicher Klotz, ne? Das ist ein ordentlicher Junge hier. Mein lieber Freund. Ich weiß nicht, ob das so toll aussieht. Wenn so ein riesen Klotz hier reinkommt. Ich bin ja nicht so wie diese Monster als heile, ne? Das Ding ist auch cool. 700 Leute. Warte mal. Wie ist denn die Zufriedenheit hier? 85. Naja. Aber immerhin, ne? 710 Leute. Frage ist nur, ob wir das irgendwie reingefummelt kriegen hier. Da ist ein Fußweg dahinten. Deswegen klappt das hier nicht. Können wir quer einbauen. Baust ihn quer, hast du mehr. Jawoll. Weißt du was? Wir bauen den mal hier ein. Ist ja auch nicht so doof. Also so voll doof. Ich weiß nicht, wie sieht denn das aus? Das muss natürlich mal alles gerade sein, ne? Das muss nicht alles ordentlich und schier sein. Dann haben wir vielleicht mal Platz für ein bisschen Parkplätze hier. Das wäre dann mal ganz cool. Ich glaube, das machen wir auch. Das machen wir auch. Das machen wir auch. Geil. Das bauen wir jetzt hier hin. So. Bürger bekommen natürlich aus. Ach Mist, das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Bürger bekommen aus. So. Haben wir. Jetzt muss er noch eine Straße bekommen hier, ne? Ist ja ganz cool. So. Standardstraße kriegen wir irgendwie. Was denn das hier? Warte mal, was ist das hier denn? Wo ist der? Wo ist der denn Schluss da vorne? Den kriegen wir bestimmt da vorne mit eingebaut, ne? So. Straße hier ran. So. Hü. Das da ran. Können wir gleich sagen. Hier, warte mal. Das muss gebaut werden. Klarer Fall. Ne? Klarer Fall. So. Und einmal die Asphalt. Fußwege. Frage ist nur, wo laufen die hin? Wir müssen echt mal hier. Wir müssen mal kurz die Kettensäge ansetzen. Nützt alles nichts. Ich kann hier nichts sehen. Ach da. Guck mal. So. Fußwege. Ähm. Die mit Asphalt, ne? Wir nehmen die mit Asphalt. So. Apropos. Die haben bestimmt auch wegen Sport, ne? Ich glaube, Sport brauchen wir hier auch noch eine Runde. Wie ist das hier in der Meckar? Kann ich in Kindergartenplätze. Ach du Himmel. Kindergartenplätze. Das Ding ist ja überfüllt, ne? Jawohl. Ich weiß nicht, wie noch Leute da sind. Das ist hier nicht anders, ne? Überfüllt. Wir brauchen mehr Kindergartenplätze. Ach du Schande. Wo baue ich denn noch einen Kindergarten hin? Was ist hier um? Da passt doch noch einen Kindergarten hin, oder nicht? Da hier, hier neben noch einen Kindergarten irgendwo hier so mit rein quetschen. Das passt doch bestimmt. Ähm. Sportmäßig. Was haben wir denn sportmäßig jetzt? Lass uns mal kurz gucken. Wo sind hier die Häuser? Da. Sport. Ne? Basketball, Volleyballplatz. Passt nicht hin, ne? Oh, das passt sogar hier hin. Du hältst das... Du hältst das nicht aus. Hier ist ja richtig Platz hier oben. Da bauen wir doch so ein Teil mal hin. So. So ein Teil mal hier so wunderschön mal hinbauen. Genau, Danny. Die Kinder spielen schon im Regen. Äh, schon in Regalen. So viele sind das. In Regalen. Ach, hab ich auch noch nicht gehört. Sehr cool. Ach, schön. So, warte mal. So, zack. Ich will mal das hier im Asphalt machen, ne? So. Da mal ran. Das ist schon ganz gut. Ich weiß nicht, warum der hier jetzt gerade ist. Ach, guck mal da. Ja, siehste. Jawohl. Aber dann wollen wir den mal hier vorne ran kriegen, ne? Komm hier so. Zack. Da haben wir eine wunderschöne Verbreitung. Das müsste aber klappen, ne? So, das kann alles gebaut werden. Jungs, haut rein. Ihr habt was vor? Ihr habt was vor? Die Folge ist auch zu Ende wieder mal. Wie üblich. Dann sag ich doch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wenn's gefallen hat, ne? Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dann.